Wer bin ich? Das fragt man sich ja ein Leben lang, wer man ist. Also, er wollte genau mit diesem Clown verkleiden spielen. Ich kann nicht so schnell aufstehen, weil die Kamera mich dann irgendwie verliert. So, Schnittpausen, du darfst nicht machen, wenn ich spreche. Jetzt musst du dir verkneifen, musst es ein bisschen versetzen und, 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 und. Du und Finden, Figuren, die mir fremd sind. Und man muss sich aber auch ganz schön schützen können gegen viele Dinge, die einfach wehtun und die verletzen. Und man muss mit Absagen umgehen können. Das ist ja auch so ein Irrtum, dass ich immer dachte, wenn ich dann die Ausbildung geschafft habe, dann würde ich Schauspielerin und letztendlich geht es dann auch erst los.